Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind soeben im Mendrisio angekommen. Das ist der südlichste Punkt der Schweiz, ganz nah an der Grenze zu Italien, bei Subsea, bei der Universität hier, bei der Technischen Hochschule und ich begrüsse hier Ruven. Ruven, du bist CEO der Firma iWIN. Ich wechsle jetzt mal schnell auf Englisch. Ruven, du bist CEO von iWIN. Kannst du mir mehr erzählen, was iWIN macht? Vielen Dank, Luis, für mich hier. iWIN entwickelt eine multifunktionale WINDOW, das ist eine Photovoltaik-Module in der Form einer Standard- und Multifunktionale WINDOW. Es kombiniert die Venezen-Blind, das ist Photovoltaik-Module, mit einem Insulated-Glass-Unit. Und das Photovoltaik-Shedding-Device ist eine innere Umgebung, und daher ist es mittelungsfrei. Das ist das Grund, der Hauptschnitt der Technologie. Also, du produzierst Elektrizität mit den Lamellas, oder? Und du produzierst Schäden, sodass die Gebäude nicht in der Air-Condition. Genau. Oder es gibt es den Potenzial zu reduzieren, die Energie in der Licht- und Kühne zu 30%. Up zu 30%? 30%. Wow, das ist viel. Das ist ein großes Potenzial. Es ist ein großes Potenzial, besonders in heißen Ländern. Genau. Und wo bist du? Ich verstehe, du bist eine Start-up. Kannst du bereits das Technologie kaufen? Ja, okay. Wir sind ein Spinoff von SUPSI, von der Department von Construction und Design. Und jetzt sind wir in der Pilot-Phase. Wir wollen demonstrieren die Technologie in buildings, in realen Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir ein Projekt, um eine Installation in Spanien, und eine in den Niederlanden. Ich bin so surprised. Es ist so einfach. Es ist eine simple Idee. Warum haben die Leute schon seit 20 Jahren gemacht? Ich meine, die Lamellas und die Solarpanel-Sell in eine WINDOW, und dann, die Elektrizität zu geben, und die Kohlenkosten zu geben, warum es nicht so gut ist? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist nicht nur ein Grund, es ist eine Kombination. Ich denke, historisch, die Industrie fokussiert auf Standard Modules, und dann, die Industrie fokussiert auf die Produkte, die Produkte, die Produkte, die Kosten, und die Leute nicht fokussieren. Aber heute, die Industrie in der Industrie ist eine der größten Pollutanten weltweit. Ja. Und es ist so schwierig. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Und wie viele Leute sind Sie jetzt auf dieser Invention arbeiten? Wir sind jetzt vier Leute. Wir sind jetzt noch für ein paar Leute, die uns in der Industrie zu unterstützen, aber auch in der Industrie-Sation-Phase. Wir können sprechen. Right now, ja? Okay. Nice. Very nice. Ruben, für dich hier. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Zeit. Das war Ruben, der CEO von Eivin, hier in Medizio, in Ticino, in Switzerland. And join us again for great new ideas and inventions that we find along the way. Hashtag Meet Larsen. See you later.